Nicht hauen, Gromp. Der will mir bestimmt helfen. Ich lasse euch gerne frei, aber was ist mit dem Troll? Gromp ist lieb. Der tut keinem was. Deswegen haben sie ihn ja auch hier reingesteckt. Wer seid ihr denn, damit ich mich recht bedanken kann? Halten wir keine lange Reden. Lauft schnell nach Hause. Wohl wahr. Komm, Gromp.